Sie merkten sehr früh schon, dass das ja ein schwules Kind werden könnte. Das haben die eher unterstützt. Da hat meine Mama gesagt, ach Gideon, das machst du schon so. Ich würde jetzt auch aktuell mit einer Frau nicht ins Bett gehen. Das war so ihre Reaktion. Und dann hat sie gesagt, das weiß ich noch. Da war ich vielleicht so 14, da war sie so beim Bügel und sagte, ach weißt du mein Schatz, das Wichtigste ist, dass du eine Familie bekommst. Du bist so ein Familienmensch, das musst du hinkriegen.